Norddeutscher Rundfunk, Franziska! 1996, mit dem Jahr aus dem Ausdruck, der Stuttgart, der Vierer ist! Norddeutscher Rundfunk, Franziska! 1996, mit dem Jahr aus dem Ausdruck, der Stuttgart, der Stuttgart, der Stuttgart, I ok! есс Spannungs- Ich bin so gespannt, wer das Trikot bekommt. Wer den 45 Euro Warenwert bekommt in meinem Shop und das halbe Jahr sap! Wir tippen zu jedem Spiel. Jeder hat die Möglichkeit pro Spieltag vier Punkte zu sammeln. Drei Punkte gibt es, wenn man auf Sieg, Niederlage oder Unentschieden richtig tippt. Und wenn du auch noch das Torverhältnis richtig tippst, dann gibt es einen Bonuspunkt obendrauf. Hier kann man pro Spieltag ergattern. Was gibt es zu beachten? Es ist easy eigentlich, es kostet kein Geld mitzumachen. Follower muss es sein, im Stream dabei bleiben. Das war es, oder? Und wer am Ende auf Platz 1 ist, der bekommt das Trikot. Der zweite Platz kann sich im Wert von 45 Euro was aus meinem oder aus dem Betze-Live-Wein-Shop aussuchen. Und der dritte Platz bekommt ein halbes Jahr Sub auf meinem Nacken hier auf diesem Kanal. Wer es nochmal nachlesen möchte, wie das Ganze abläuft, gar kein Problem. Wir haben nur einen Link, gell? Bei Heimspielen bin ich ja in der Westkurve. Da streame ich immer den Abend davor um 20 Uhr und sammle da eure Tipps ein. So circa eine Stunde geht es immer. Und zu Auswärtsspielen bin ich eine Stunde vor Anpfiff Online. Da sammle ich eure Tipps ein, bis der Scheri anpfeift. Und dann können wir auch schon loslegen. Okay, let's go! Ja, einen wunderschönen Abend. Wie geht's euch? Servus Marvin, servus Dennis und danke nochmal für dein Sub im 18. Monat. Es sind zwei Babys. Yay! Wer mir noch nicht folgt, in Klammern, mich noch nicht abonniert, dann bitte macht das Ding grau. Es wäre super nett von euch. Wie war eure Woche? Mein Tipp, ich bin mir noch unschlüssig. Ich zeig mal ganz kurz die Tabelle. Servus Teddy! Servus! Und so sieht es aktuell aus. Also Bayern Betze hat ja Gun Shooter überholt. Das letzte Spiel haben ja alle daneben gelegen. Da gab es leider einen Unentschieden. Würde gerne mitmachen. Ich trage dich ein. Bitte einmal ein Like da lassen und gerne auch einen Kommentar. Wäre schon richtig geil. Dann können wir dann demnächst auch langsam anfangen. Oh ja! Eine Ewigkeit später. Ich meine, wir haben ja Zeit. Ich fange mit dem FCS an, dem sein 1 zu 2 habe ich schon. Er sagt schon, Dieter, wir verlieren. Und dass die Neuen unter uns das mal sehen, wie das aussieht. Und dann seht ihr hier den Namen, das Ergebnis und da noch plus 0 Punkte, weil es hier 0,0 steht. So und dann macht der Master weiter mit einem 1 zu 1 und Kai schreibt 3 zu 0. Digga. Mkubik 2 zu 1. Kavio Penda 1 zu 3. So Sikarius hat gesagt 2 zu 0. 3 zu 2 sagt Wozniak. Wer soll denn die ganzen Tore schießen? Bin ich ja mal gespannt, Leute. Dennis Wolf 1 zu 2. Bayern Betze sagt 1 zu 3. Gegen Fortuna Düsseldorf dürfen wir echt wirklich nicht viele Fehler machen, die bestrafen uns da direkt. Omniscience sagt 2 zu 0. AB sagt 3 zu 1. Und wer sich nochmal die Anleitung durchlesen möchte und den Stand, wie es aktuell aussieht, tabellentechnisch. Und wer sowas getippt hat, der kann auf diese Seite gehen. Da ist dann alles nochmal erklärt und so weiter und so fort. Und dann drücken wir uns einfach mal gegenseitig die Daumen für 3 Punkte. Wir dürfen Betze und dann geht es rein in den Block. Okay, let's go. Was wäre der Betze ohne euch, ohne Kasselshaugland der Rühmtestin, ohne Kasselshaugland einste Kurve? Hallo, rechts Kurve! Hey! Das ist gute Tradition, dass wir unter vielen Freunden hier vor der Sopedall mit einem herzlichen Applaus und Tottenheißen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Die Helle ist leer, alle Teufel sind hier. Wir begrüßen und wünschen Ihnen ganz viel Glück, unsere 32, Robin. Zwei, Boris. Sieben, Nolan. Achtergärten der Teufel, Shaw. Mit elf, Kelly, Prinz. Fünfte, Timo. Sechzehn, Julian. Die Huss. Neunze, Daniel. Zwanzig, Tobias. Raschel. Sechzezwanzig, Philipp. Karls. Die 23 spielt die Jem. Auf der Bahn auf zweiter Weich, dreht die 30. Avno. Fünfte, Kevin. Klaus. Sechs, Al-Nabie. Tupé. Dreiundzwanzig, Philipp. Erster. Tupé. 24, Scholze. Tupé. Tupé. 25, Philipp. Neu-Kobin. 29, Richmond. FC. 31, Ben. Und mit den 40 spielt Dixon. Habiama. Lasst uns gewinn, Saban, gehen. Heimspiel auf die Bette. Auf die Bette. Sammeln wir, haben unsere Energie für unsere Mannschaft, für unser Team. Esser. Ess noch nichts gegen Cavalais. Jauer und Jeshwert. Mach sie platz, schieß sie aus der Stadt. Mach sie platz, schieß sie aus der Stadt. Mach sie platz, schieß sie aus der Stadt. Armira. Du ft, trugest ja alle Haupte, zu sein der Solidarität. Mach sie platz. Ja, hat er noch, hat er noch! Komm, komm, komm! Hammer wieder! Nicht los, nicht los, nicht los! Ja, gut, komm! Ja, gut, komm! Ja, gut! Abzug! Halt er noch, halt er noch, halt er noch! Komm! Komm! Komm rein! Komm jetzt! Krieg links! Ja genau! Ja! Ja! Loton! Eins! Halt er tief, ihr Mama! U! Wir begrüßen Sie, die wir präsentieren von der Mehrwertsgruppe, dem Automobilpartner, der Rotten Teufel. Und wir bedanken uns bei uns der Sieben bei... Loton! Lichten! Lachen! Lachen! Hier ist es klar. Wie hängt das Ding? Schade! Schade! Druck, Druck, Druck! Hau mal wieder! Oh, Schade! Schade! Die 2. Spielhälfte haben die Forderung gewechselt. Ausgeschiedene 2, Kakashi Mishiro, dafür neum Spiel der 19 im aktuellen Jura. Mach doch was! Leg weiter, leider, leider! Abzug! Schieß doch! Schieß! Oh! 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 Was macht der denn? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Komm! Ja, Eckball! Applaus Chandra jest Chandra jest Chandra jest Chandra jest ChandraHattiego Chandra jest Chandra jest Chandra jest Und dann geht's, und dann geht's! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020